ich habe zwar irgendwie nicht schon wieder bock auf den trip aber okay gemacht werden muss ja munition nachfüllen ich brauche übrigens eine andere sekundärwaffe und dann nehme ich doch die die skorpion in einer anderen farbe ausrüsten und hier nehme ich die ak-47 gut Ich muss mal den Ausstatter. Hey, ich hoffe, ich habe genug Geld. Ich habe nur 110.000. Das reicht für nichts. Na dann. Auf zu Reggie und Jogi. Jogi ist immer noch bei meiner Ruhe rum. Komm schon, warte mal. Zurücktreten, AJ, ich weiß, was ich tue. Alter, hat es geklappt? Ich habe dich gerade wiederbelebt, was meinst du denn? War so gut. Jetzt bist du an der Reihe. Nein, ich? Nein, 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 AJ ist dran. Stimmt. Das ist er. Keine Sorge, AJ, bei dem Zeug haben wir ein gutes Gefühl. Ja, wir nennen es Hubbly Bubbly. Weil es nirgends so krass ist, wie da unten, wo es nass ist. Das werde ich bestimmt bereuen, oder? Und dieses Mal, piekst ihr mich nicht wieder? Oh, fuck, stimmt. Ja, fast vergessen. Hey. Keine Angst, wir können wiederbelebung. Ja, ich war um St. John's vermassend. Warum gehe ich da eigentlich immer gnädig? Na ja, jetzt bin ich da, jetzt habe ich wieder Farben. Okay. kubli bubbli reiki hat ein bisschen zu viel von dem zeug genommen er kam auf dem boden und moment etwas von einem einheimigen pausa und spieler und von kühn ich kann nur sagen glück alter ich bin sicher alles wird super gut wir warten immer auf dich mit allen einfach nur den ganzen kampf ich gehe jetzt auch so gut Ich könnte mich ja täuschen, aber ich glaube, ich bin gerade nur runtergetaucht, oder? Okay, runter, 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 jetzt wieder hoch. Da lang. Schön, wenn man Autos im Unterwasser findet. Ah, die Buddha-Statue steht auch nicht so, wie ich sie erwarten würde. Und atmen kann ich übrigens auch unheimlich lange. Und da war es aber nicht. Verdammt, ah, wo bin ich? Nackt und vertrackt. Auf geht's. Und deswegen sollte man nicht fahren unter all Reifers. Oh, 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 oh. Okay, jetzt wird's crazy. Oh, ich gebe doch nicht. Oh, ich gebe doch nicht. Okay, warte, ich habe keine explodierung. Oh, oh! Jahrh! Ah! Ich habe keine Granaten oder so. Und das Rotes. Oh, gelbes Blatt. Okay, der Schiff ist immer noch da. Aber wie komme ich denn jetzt hier ran? Oh, gelbesch! Ah! 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 ich habe noch nicht mal werkzeug aber jetzt zufällig granaten dabei da sind die beiden aus dem schiff gestrungen ich kann da nicht draufsteigen ach hier ist der eingang, ok gut und durch dann zu händen ist Zollband ich glaube unsere Abmachung bestand daraus dass sie alle Artefakte sichern die mit Kalienak in Verbindung stehen und irgendwann zum Jelendu Tempel geschafft wurden das haben sie nicht getan woher ich das weiß weil ich immer noch Kalienak Artefakte in Jelendu finde ich kann daraus nur schließen dass sie mich nicht verstanden haben und deshalb habe ich ihre Frau geholt habe ich mir ihre Frau geholt damit sie quasi als Übersetzerin dient um solche Missverständnisse zur Zukunft zu verweiden ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt wer von euch hat geflackert? ich habe mich überraschend überraschend Nimm ich die erst mal so, okay. Wo befinde ich mich denn jetzt hier genau? Okay, dann nehme ich doch den Turm da ein, einfach nur damit hier auch mal ein bisschen Licht im Norden ist und ich hatte doch was vor, ich habe ja Fähigkeiten jetzt hier und kann jetzt endlich hervorragende Konditionen auslösen. Und dafür brauche ich die Mission Vergeltung. Wie habe ich voll? Überdosis Spritze 2. Die Wahrheit und Gerechtigkeit habe ich noch nicht gemacht. Überlieben Spritze 2, Fugesspritze. Egal. Was haben wir hier? Granatentaktor und schwerer Taktor und und. Unter Wasser bleiben. Ich werde Berge versetzen. Ehm. Ich habe doch 14, die da steht. Nehme ich weiche Landung noch mit. Weniger Schaden beim Fallen und du kannst endlich sprinten. Schwerer Taktor und. Dann habe ich hier alles voll und keine Fähigkeiten mehr übrig. Gut. 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 Wir haben alle Kampf-Sachen gelernt. Hammer Ereignis. Haft aus! Ne, stell aus! Pennsylvania! Woodenasedere! Bitte, helf mir! Haz Acht! Ich hab dich doch schon gerettet. Ich bin nur ein armer Bauer. Ich bin nur ein armer Bauer. Ach, Hilfe! Ja? Da oben. Ah. 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 Wo ist das denn? Bitte. Ich habe Geld. Ist mir egal. Verschwinde. Du bist frei. Und ich hab vier Weißfälle. Dich gar nicht haben wollte. Dich gar nicht haben wollte. Wolf! Ein Wolf! Ja, mit deinem Wolf. Viel Spaß damit. Dachs. Dachs. Ey. Diagnose. Dachs. Tschüss. Dachs. 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 den hole ich mir was ist das so eine rote pflanze er konnte kurz diesen ort hier markt von mann zauber schon länger keiner mehr so ich hätte gerne noch ein bisschen mehr blick in diese gegend deswegen ja jetzt kommt jetzt licht von k krege matt euch alle erleuchten ich habe vergessen wie der typ heißt ja da und weiter Leiter. Oh, wo sind sie nirgends? Durchsuchen. Eine Prepaid-Karte ist wie... Munition, immer schön. Hoffentlich kann ich heute besser hochklettern als sonst. Hör! Hör! Das war nicht so klar. Was sagt? ... für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Haken. Knündern Sie nicht die Leiche seiner Royal Army mit Glieder. Ihre Waffen und Ausrüstung mit Eigentum von Pargal-Win-Win. Wenn Sie diese an sich nehmen, verrauben Sie unseren Großen zu spüren. Alle Freiwillen, die beim Klündern erwischt werden, werden inhaftiert sind und umgehend verstrakt. Für Gefrager sind Sie schlicht sich alle Erneu schulden. Was? 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 Wie krieg ich das noch hin? Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums zur Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Das Land Lager zu verlassen ist eine unverzweinliche Sünde. Die Santeure werden erschossen. Wer den Santeuren Unterschluss bietet, wird sie ebenfalls erschossen. In der Krisenzeit ist es umso wichtiger, vertreu ihn der Pargast zu stehen. Verzweifelt sich nicht. Tagersichtlich wird uns den Weg zum Sieg zeigen. Und Kürat-Ferriesen bringen. Wir müssen nicht alle erlösen. Ganz schön bin ich hier. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Ich werde uns das machen. Ich werde uns das machen. Sie? Gewendet den Schlacht. Gewendet den Krieg! Geht's! Ja, beide sind verkackt. Ach, jetzt geht's! Auch jetzt muss ich sagen. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Klündern Sie sich die leicht gefallenen Royal Army. Immer gut und Ausrüstung des Einleitung von Pargal-Mittis. Wenn Sie diese Angelegenheit nehmen, verrauben Sie unseren großen Kübel. Alle Eivillen, die beim Klündern erwischt werden, werden inhaftiert und umgehend haupt verstraft. Für Gemahe sind Sie schlicht alle an Neuschuld. Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, Geh! Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Handlinge. Pagazmin möchte Sie daran erinnern, dass Sie immer noch ein unangefochter Überführer herrscht. Der goldene Pfad mag behaupten, dass ein Einfluss abnimmt, aber Sie sollten den Zügen nicht nicht laufen. Pagazmin ist fragend zu stellen, ist aktiver Wurzeln. Alter! Na komm! Na komm! Ich hab mehr getötet... Ja! Ja! Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Handlinge. Führer brauchen Sie jetzt nicht mehr als jeden vor. Die Schutzherrscher der roten Schaden hat den engligeren Ausmaße angenommen und muss beendet werden. Pagazmin ist persönlich, fordern Sie daher auf, sich bei der Royal Army zu verpflichten und gegen das Föse zu kämpfen. Pagazmin ist nicht wichtig, aber nur Juni. Pagazmin ist verarscht. Pagazmin ist verarscht, oder? ja... Konten höre ich ja die ganze Zeit die Honigdeitskund, dann komm ich nur mit List weiter. Aber sorren Enterhaken hab ich auch nicht. Das ist eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Haftlinien. Hagan Wien möchte sie daran erinnern, dass er immer noch eine unangefochten Überführer zerstellt. Der Golden Fahrtmann behauptet, dass ein Einfluss abnimmt nimmt, aber sie sollten diesen Zügen nicht nicht laufen. Hagan Wien im Fahrtenstelle ist der Akaiba-Hochfahrer. Und die Straßengefahrer sind entschließlich. Und du machst jetzt die Klappe zu. So. Andere erkundeten auf. Kontrollpunkt Süd. Ichalindu. Korreling entscheidet scheinen. Und... Markt von Wansa. Da war ich überall noch nicht. Ach, geht weg hier was. Karte wollte ich sehen, deswegen habe ich auf M gedrückt, danke. Wusch. Wusch. Schon ist hell hier. Sehr schwer. Muss ich also noch was freispulen. Das Amita. Da ist auch Longylus. Hier ist der nächste Glockenturm. Hier sind auch noch zwei Glockentürme. Da würde ich doch mal hier hingehen. Nachdem ich überwaffne Discorde gemacht habe. Nachdem ich überwaffne Discorde gemacht habe. Das war der andere Markt, ne? Wir sind schon länger tot. Aber irgendwer brummt hier. Das Foto ist abverbereitet. Ach. Was fährst du denn? Wir brauchen hier jemanden, der meine Kraft beschützt. Oh. Oh, unterstüren, gegen den Menschenverein! Aber geh vor dem Rohr! Hier ist über uns! Weg. Was? Das hab ich echt so schnell erledigt? Was ist das denn? Was steht denn sowas? Alle Kämpfer auf dieser Frequenz bitte melden. Das Boot kann ohne Eskorte nicht ablegen. Wir brauchen Hilfe. Alle Kämpfer auf dieser Frequenz bitte melden. Meine Kämpferkollegen sind umgefallen. Ohne Eskorte nicht ablegen. Wir brauchen Hilfe. Ja, kommt sofort. Alle Kämpfer auf dieser Frequenz bitte melden. Hey, AJ hier. Was ist denn mit dem Boot? Wir haben Gold aus der KIO-Mine befreit. Auf den Straßen gibt es Checkpoints. Deshalb nehmen wir lieber den Fluss. Kannst du helfen? Aye, aye. Okay, ich nehme das als Ja. Ich schicke die Koordinaten. Wundervoll. Wieso weißt du nicht, was Aye, aye heißt? Okay, hier scheint es zu schneiden. Warum? Oder sind das Pollen? Schön, dass ich laufe. Und hier eine Maske ist. Maske von den Serienkillern würde ich sowieso nochmal alle finden. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin der Autorbon dated. Vielen Dank.